Hallo, mein Name ist Karl-Annes Krenner und ich studiere Medien, Kommunikation und Kultur an der Universität Klagenfurt. Am Studium an der Universität Klagenfurt gefällt mir besonders, dass es keine Massenuniversität ist wie Wien oder Graz. Im Studium gefällt mir die thematische Vielfältigkeit und dass ich meine Schwerpunkte setzen kann. Die Arbeit als Studienassistent ist sehr erfüllend und macht mir sehr viel Spaß. Mit der Instruktion von転 sen. Dr. Kronische Kronische ACHT-Gonische ACHT-Gonische ACHT-Gonische